Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game-Based-Podcast, der Podcast der LFK, der Medienanstalt für Baden-Württemberg und der Computerspielschule Stuttgart. Und diesmal wieder eine Special-Folge, zum zweiten Mal die Folge über die Gamescom, diesmal vom Jahr 2023. Leider konnte ich dieses Jahr nicht dabei sein, weil ich Magen-Darm hatte. Dafür waren aber Dejan und Achmed bei der Gamescom, haben Interviews geführt und sich alles angeguckt und werden uns darüber berichten, wie toll das war. Ich bin gespannt. Für mich sind auch viele Sachen neu, weil ich eben nicht dabei sein konnte. Aber erst mal zu dir. Hallo Dejan. Hallo Nino. Freut mich, dass wir auch mal wieder zu zweit einen Podcast machen. Ich bin ja jetzt auch zurück aus meiner Elternzeit und freue mich auch wieder aktiv dabei zu sein und gleich mit so einem Highlight, sage ich mal, der Gamescom. Es ist natürlich ein sehr, sehr schöner Einstieg. Ja, ich habe gesehen, ihr hattet sehr viel Spaß. Ihr habt mir Bilder geschickt. Ich war sehr eifersüchtig, aber habe ich natürlich sehr für euch gefreut. Wie war denn die Gamescom? Ja, eine große Frage. Also es war mal wieder überwältigend. Also drei Tage, die einfach richtig voll waren. Also es war natürlich, man hat so die Bilder, die man so kennt aus den Hallen mit den Besuchern, dass natürlich viel los war. Es waren Kinder, Jugendliche, Familien, aber auch natürlich die klassische Gamer, Gamerin-Zielgruppe da. Cosplay, was ja bei uns auch mal ein Thema ist, ist natürlich auch immer sehr schön auf der Gamescom vertreten. Da gab es auch das Cosplay-Village. Da gab es richtig tolle Kostüme. Und ja, also und ganz besonders natürlich das Highlight, die Spiele selbst. Und ich hatte den Eindruck, dass es noch mehr als sonst neue, insbesondere Indie-Spiele gab. Also selbst die drei Tage haben nicht gereicht, sich nur annähernd einen Überblick zu verschaffen, was es da alles gab. Zumal ich ja auch nicht nur auf der Gamescom, sondern auch auf dem Gamescom Congress war, der dann auch Themen, die gerade bei uns für den Podcast natürlich besonders relevant sind, aufgegriffen hat. Da werden wir bestimmt jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also da ging es um Geschichtsdarstellungen in Spielen. Da ging es auch darum, wie kann man auch, ja, politische Teilhabe, wie sind ja auch die Einflüsse der Politik auf die Gaming-Branche. Und auch da war es ganz besonders, also dieses Jahr, wir haben es ja irgendwie immer geschafft, auf der Gamescom auch, sag ich mal, politische Prominenz ranzuholen. Aber dieses Jahr fand ich besonders krass. Also eröffnet wurde Gamescom von Robert Habeck. Direkt am ersten Abend gab es so eine politische Eröffnung. Aber dann hatten sie auch beispielsweise in einem kleinen Panel im Gamescom Congress war dann plötzlich die Familienministerin dieser Pause noch da. Und auch immer ein Highlight ist der D-Battle-Royale. Da werde ich später auch, glaube ich, noch ein bisschen näher drauf eingehen, wo sie auch, sag ich mal, PolitikerInnen auf höchster Ebene mit dabei haben, die sich dann über Games und auch die Games-Branche und auch Games-Wirtschaft unterhalten. Also da werden wir auf jeden Fall noch eingehen. Auch ein großes Thema beim Gamescom Congress war das Thema AI. Das war so ein bisschen was, was sich so durchgezogen hat. Und für die, die nicht wissen, was AI ist, das ist einfach die englische Version von KI, also Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz. Ich habe oft in Kommentaren bei anderen Sachen, YouTube-Videos gesehen, dass Leute nicht wussten, was damit gemeint ist. Also wollte ich es hier nur noch mal kurz einwerfen. Gut, dass du sagst. Also Künstliche Intelligenz hätte ich natürlich auch sagen können. Und da war in der Keynote beispielsweise die sogenannte Futurist, also ein sogenannter Futurist, die Sarah Brinn war da, da hat so quasi über den Einfluss von AI auf die Kultur- und Kreativbranche geredet. Und da war auch so die Frage, kann denn Künstliche Intelligenz überhaupt kreativ sein? Und in welcher Hinsicht werden, sag ich mal, Arbeiten, Arbeitsprozesse von AI übernommen? In welcher Hinsicht ist das eben nicht möglich? Und ein beruhigendes Fazit ist, dass Künstliche Intelligenz einfach nicht witzig sein kann. Also zumindest noch nicht. Also das wird wohl immer was sein oder in der nächsten Zeit, wo wir Menschen nicht ersetzt werden. Ja, genau. Also das war, wie gesagt, Games from Congress. Werden wir da auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und natürlich einfach, ja, dieses unglaublich Feiern der Gaming-Kultur. Also für mich ganz persönlich ein Highlight war auch eine kleine Band, die gespielt hat. Das war Endgegner Jazz, nennen sich die. Und die haben dann auch Soundtracks, genau, aus Spielen aufgegriffen und die sehr cool jazzmäßig interpretiert. Und lauter so Sachen, ja, sieht man dann halt. Also man läuft einfach durch die Hallen und kriegt dann einfach tolle Eindrücke neben den Terminen, die wir, wie gesagt, auch noch hatten und wahrgenommen haben. Ich denke, ich werde am Schluss auch noch ein bisschen auf so Gaming-Highlights ein bisschen eingehen, was es für Spiele gab, die uns angeschaut haben. Genau. Aber ja, es ist jetzt die Frage, wo fangen wir an bei so vielen tollen Themen? Ja, es ist ein großes Repertoire. Wir haben probiert das ein bisschen, ich habe es probiert, ein bisschen einzukreisen von dem, was ihr im Voraus geschickt habt. Und ich würde ganz gerne als erstes auf den Punkt vom Gaming ohne Grenzen Award eingehen, von dem du erzählt hast. Das war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Award, wo Spiele mit Inklusion einen Preis gewinnen konnten. Genau. Also es gab eine wirklich große Preisverleihungsveranstaltung und da gab es auch unterschiedliche Unterthemen, also Gaming um die Grenzen. Da geht es zum einen um auch Barrierefreiheit, Accessibility, aber auch um die Repräsentation und Sichtbarkeit, ja, sag ich mal, von Minderheiten und bestimmter Gruppen. Und da wurden in verschiedenen Kategorien eben Preise verteilt, was noch, ja, also gab es auch einen Hardwarepreis beispielsweise. Hier wurde die Firma Semanux ausgezeichnet und Lukas Melzeisen war da. Die hat zum Beispiel eine Software entwickelt, die Computereingabe ohne Maus und Tastatur ermöglicht, also nur über die Webcam, die Kopfbewegung und Mimik interpretiert. Das finde ich auch was, was, ja, nicht nur aus Sinn der Barrierefreiheit interessant ist, sondern auch einfach generell, wie sich Eingabe, Computereingabe entwickeln kann. Also das klingt sehr spannend. Es gab auch im Preis national, Unconditional Gaming, wurde eine Internetdatenbank ausgezeichnet, die ich bisher tatsächlich auch noch nicht kannte, obwohl sie eigentlich sehr, sehr nützlich und wichtig ist, wo Daten zur Accessibility in Games gesammelt werden. Also man kann ein Spiel einreichen und man hat da im Endeffekt eine Datenbank an verschiedenen Spielen, so ein bisschen ähnlich wie Games im Unterricht, nur dass es da darum geht, wie gut sind denn Spiele zugänglich nach verschiedenen Kriterien. Also da unbedingt bei Unconditional Gaming mal reinschauen und sich das anschauen und da werden auch Triple-A-Titel, aber genauso auch bekanntere Indie-Spiele quasi nach diesen Kriterien bewertet, was eben für Betroffene natürlich eine große Hilfe sein kann, inwieweit das Spiel jetzt für sie geeignet ist oder auch Spiele, Tipps zu finden, die dann trotz Behinderung dann doch gut spielbar sind. Genau. Und wie gesagt, wurde auch, also spielte auch die Repräsentation und Sichtbarkeit von unterrepräsentierten Gruppen eine Rolle und da gab es auch eben den Award zur Repräsentation und den hat das Entwicklerstudio Food for Thought Media in Berlin bekommen und da habe ich auch mit der Game-Designerin Serenat Yilmaz darüber geredet und ganz interessant war natürlich, wenn es um unterrepräsentierte Gruppen geht, wie kann man solche Erfahrungen einbringen und ob das auch eigene Erfahrungen sind und da hat sie auch Folgendes gesagt. Yes, yes, most of them. We are trying to, yeah, we are using our, like, we are a diverse team ourselves, so we are using our experiences to create the games, we are trying not to talk on behalf of anyone else and then we do, of course, we do, we are not like an endless amount of people so we do, we do base the other characters on real people as well. Da sieht man, also sie sagt, dass natürlich viele der Erfahrungen tatsächlich auf entweder eigenen Erfahrungen beruhen oder eben auf Personen, die sie selber kennen und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn man Spiele entwickelt generell, dann ist es auch wichtig, sich natürlich mit dem Thema zu beschäftigen, sich damit auszukennen und auch jetzt nicht über Leute zu reden, sondern tatsächlich auch mit den Leuten und ich habe auch die Gelegenheit genutzt, also es gab natürlich auch eine hochkarätige Jury, die diese Gaming-Ohne-Grenzen-Awards auch, ja, verliehen haben und auch bestimmt haben, welche und da war unter anderem Dennis Winkens vom Kanal Really World Jurymitglied und mit dem habe ich mich auch kurz unterhalten und der hat auch eigentlich eine ganz, für mich sehr wichtige Aussage getroffen, die einfach als Tipp auch gilt, was SpieleentwicklerInnen und Studios beachten müssen und was man machen kann, um eben solche Themen nicht untergehen zu lassen. Also da am besten wirklich einfach mit den Leuten selber reden. Ich kenne niemanden, der irgendwie sagen würde, wenn er jetzt gefragt werden würde, hör mal hier, ich habe da Fragen für das Projekt oder für das Spiel, ob man da irgendwie helfen kann, sie Feedback geben kann. Da ist eigentlich jeder dankbar, wenn er mithelfen kann, dann hilft er auch gerne, damit das Ganze vorwärts kommt und natürlich, es hilft auch immer, sich andere Spiele anzuschauen, was da schon mit reingebracht wurde an Features. Einfach so als Beispiel schon mal, was man eventuell mit reinnehmen kann. Wie gesagt, mit den Leuten reden und das ist was, was man, glaube ich, oft vergisst natürlich in einer Spielentwicklung, die super aufwendig ist und man mit Spielmechanik, mit Themen, mit Programmierung, mit allem Möglichen sich befassen muss und dann natürlich das Thema, Barrierefreiheit auch nicht vergessen sollte. Und wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, klar, einfach auf die Leute zugehen, fand ich ein sehr, sehr schönes Fazit. Also fand ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, auch dieser Gaming ohne Grenzen Award, dass der jetzt auch so wirklich prominent dann auch seinen Platz gefunden hat. Also prominent ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Es war eine relativ kleine Bühne, aber dennoch gab es schon auch gut Zuschauer und es wurde auch dann gut darüber berichtet, so wie wir natürlich jetzt auch darüber berichten. Genau, im Vergleich zum letzten Jahr, da habe ich das ja gar nicht wahrgenommen gehabt, dass das auf jeden Fall schon mal eine Steigerung, dass es jetzt eine eigene Bühne dafür gibt. Genau, und unabhängig von dem Award gab es ja zum Beispiel auch Panel-Diskussionen und da warst du ja auch dem Gamescom Congress auch unterwegs und da hast du ja auch erzählt, dass die Spiele sich in gewisser Art und Weise inhaltlich auch sehr viel weiterentwickelt haben. Ja, also man merkt, dass Spielekultur und auch Spiele auch im Kultur- und Bildungsbereich natürlich ein großes Thema sind und eben auch Thema des Gamescom Congress. Und neben Künstliche Intelligenz, worüber wir auch schon gesprochen haben, war das so ein zweites Thema, was sich durch viele Panels durchgezogen hat. Und besonders spannend fand ich das Panel Let's Remember. Da ging es um Potenzial von Games für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und zum einen hat man da interessante Gesprächspartner gehabt, also auch die EntwicklerInnen. Also in Deutschland sehr bekannt zwei Studios, zum einen Paint Bucket Games. Die kennt man in erster Linie momentan durch Through the Darks of Times, was wir, meine ich, auch schon im Podcast auch mal angesprochen haben. Und womit wir uns ja auch viel bei Games im Unterricht beschäftigt haben. Und da war die Lead-Game-Designerin Mona Brandt da, mit der hatte ich mich auch ein bisschen unterhalten. Und genau, da ging es halt auch wirklich darum, was muss man gerade bei Geschichtstarstellungen wirklich beachten und wie schwierig das auch ist, da jetzt nicht in irgendwie auch eine falsche Darstellung zu kommen oder dass man da auch wirklich sehr, sehr achtsam auch mit sensiblen Themen umgehen muss. Ja, es wurde leider auch ein Negativbeispiel diskutiert, also gezeichnet. Unsere Flucht 1945, da geht es um die Flucht einer Familie aus Ostpreußen, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Und das Studio, was zuvor auch ausgezeichnet wurde dafür und eigentlich sich schon auch mit dem Thema natürlich auseinandergesetzt hat, es kam eben raus, dass es dann doch in gewissen Aspekten nicht differenziert genug war und auch nicht tiefgründig genug war. Also gerade auch aus antisemitistischer Perspektive gab es dann Aspekte, die einfach zu kurz kamen in dem Spiel und wo man wirklich gemerkt hat nach Veröffentlichung, dass auch beispielsweise die Wehrmacht da sehr neutral dargestellt wurde und im Endeffekt die ganze Grausamkeit nur der SS zugeschrieben wurde. Also man merkt wirklich, wie schwierig das dann ist, gerade wenn es auch um Ideologien geht und auch um die komplexen Hintergründe. Und auch hier natürlich ist es wichtig und das wurde auch von allen, dass man auch die Flucht der Deutschen quasi da thematisiert, aber das Spiel hat dann wohl den Gesamtkontext nicht ausreichend dann dargestellt und auch dann auch der Angriff der Roten Armee wurde dann, konnte man fast schon so als Angriffskrieg interpretieren, weil dann einfach der andere Kontext gefehlt hat. Also es gab viele Aspekte, die dann so im Detail wirklich schwierig waren. Glücklicherweise war das Studio da auch sehr einsichtig und hat sich dann, also das wurde dann im Panel auch gesagt, dass die Community selbst sich da ein bisschen auch reguliert hat und dann aufeinander zugekommen sind, ins Gespräch gekommen. Das Spiel ist jetzt wieder quasi runtergenommen und wird jetzt nochmal überarbeitet, damit eben gewisse Aspekte nicht zu kurz kommen. Ja, das ist halt ein sehr sensibles Thema, da muss man auf sehr viele Sachen achten. Genau. Auch im Panel saß ja Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die ja die ehemalige Bundesjustizministerin ist und die erste Antisemitismusbeauftragte von NRW. Und mit ihr hast du dich ja auch über das Thema Antisemitismus unterhalten. Ja, in der Tat. Ich hatte eine sehr gute Gelegenheit, mich in einem ausführlichen Interview mit ihr zu unterhalten und habe sie da auch unter anderem nach ihrem Eindruck gefragt, wie digitale Spiele aktuell mit Geschichtsaustellungen und sensiblen Themen umgehen. Meine Einschätzung ist, dass deutlich stärker auch sensible Themen, geschichtsbezogene Themen, erinnerungskultur-affine Themen aufgegriffen werden. Das ist natürlich nicht da, wo man das Massenpublikum erreicht. Und natürlich müssen die, die eben gerade damit auch ihren wirtschaftlichen Erfolg erzielen, auch sehen, wie sie einen großen Markt erreichen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass es daneben, Serious Games ist ja so ein Stichwort, aber eben gerade auch im Bildungsbereich, Spiele eingesetzt werden. Wir kennen Filme, wir kennen Lesungen, wir kennen Gebäude zum Erinnern, Steine. Aber ich denke, die Spiele gehören unverzichtbar dazu und da ist viel in Bewegung. Wo sind denn die großen Vorteile von Spielen in der Hinsicht? Einmal die Interaktivität ist natürlich der Vorteil. Ein Film wird konsumiert, ein Museum wird angesehen, auch wenn es zunehmend interaktive Elemente gibt. Aber beim Spiel bin ich Teil, bin ich dabei, was unglaubliche Chancen birgt, aber natürlich, wenn man es falsch macht, auch große Risiken beinhaltet. Von daher kommt den Spieleentwicklern eine ganz große Verantwortung zu, wenn man eben so politisch, historisch sensible Themen aufgreift. Ja genau, auch in Ihrer Rolle als Antisemitismusbeauftragte. Gibt es denn da Fälle oder Beispiele, die Ihnen spontan einfallen, wo es vielleicht nicht so gut geklappt hat? Oder auch Positivbeispiele? Ich meine, wir hatten es jetzt gerade in der Deskription mit Paint Bucket Games, die ja sehr toll sind. Es gibt sehr gute Beispiele, Through the Darkness of Times. Das ist also eins, was immer wieder genannt wird und da wird sich wirklich mit großer Mühe auch mit Expertenbeteiligung, also wenn man so will, interdisziplinär, das Spiel entwickelt, so Widerstand in Polen gegen die Nazis. Also das ist eine ganz, ganz positive Sache und die entwickeln ja weiter Filme. Aber wir hatten ja auch gezeichnet, also da, wo eben ganz anders, zum Beispiel auch die Wehrmacht irgendwie verharmlost wurde, großen Aufschreit dann auch gab. Also es gibt auch andere Spiele, andere Produktionen und was man, glaube ich, braucht, ist, dass die, die da in dieser Branche tätig sind, die die produzieren, aber auch gerade die Kreativen, dass die sich wirklich bewusst sein müssen, was es bedeutet, wenn ich gerade mit Bezug zum Holocaust, zur NS-Zeit ein Spiel entwickle, dass das eben auch ja möglicherweise falsch genutzt werden könnte und dass natürlich viele bei dem Thema auch unterwegs sind, die sowieso eine andere Sichtweise haben. Und das muss man antizipieren, bevor man anfängt, das Spiel zu entwickeln. Und dazu muss man sensibel sein, dazu muss man aber auch einfach Faktenwissen haben und auch ein bisschen die Ahnung, wie wird denn so reagiert. Denn ein Beispiel ist ja Fortnite, jetzt mit dem Holocaust-Museum, also wunderbar, dass das jetzt gerade hier gezeigt wurde beim Rundgang, aber da kommen ganz viele antisemitische Reaktionen. Also damit muss man rechnen, das muss man antizipieren und sich wirklich auch bewusst machen, wie gehe ich damit um, wenn nur einfach reagiert wird, weil die sagen, wir wollen kein Holocaust-Museum. Okay, das findet immer statt. Dann darf ich aber auch nichts Falsches sagen, weil dann biete ich denen ja noch erst recht mal ein Einfallstor, um da zu agitieren. Also komplex vermint, aber ich finde, Games haben ihren Platz. Also ich finde, sie hat das echt sehr gut auf den Punkt gebracht, wie schwierig das ist und auch fast eine Gratwanderung das ist, mit Geschichtsthemen und auch mit sensiblen Geschichtsthemen umzugehen. Ja, generell ist es ja eine große Herausforderung, Spiele für den Bildungsbereich zu entwickeln, weil sie einfach andere Ansprüche haben als andere kommerzielle Spiele. Sie sind nicht nur auf Unterhaltung aus. Ich meine, darüber haben wir auch eine eigene Podcast-Folge gemacht, die Serious-Game-Folge, dass da eben man auch auf jeden Fall was dabei lernen soll oder irgendwas vermitteln möchte. Und da hattest du ja auch ein Interview geführt. Genau, da habe ich mit dem Geschäftsführer von Playing History geredet, Dr. Martin Thiele-Schwetz. Und der ist dann auch darauf eingegangen, was denn, also hat auch drei Punkte aufgebracht, die da besonders wichtig wären. Naja, also die Besonderheiten und Unterschiede liegen auf vielen Ebenen. Zum einen ist es so, dass wir natürlich nicht allein auf den Entertainment-Aspekt gehen können, sondern ganz groß am Anfang ein Vermittlungsziel definieren müssen. Was soll am besten hängen bleiben? Was soll am besten gelernt sein? Und so am Ende auch schauen, dass wir jede Designentscheidung abprüfen auf dieses Vermittlungsziel. Wird dies und das vermittelt, bleibt oder zahlt ein Game Design dann ein auf dieses Vermittlungsziel? Ja, das müssen wir prüfen. Zum Zweiten sind wir natürlich auch dann letztlich aufgefordert, das Ganze permanent User-Tests zu unterziehen, um einfach zu checken, okay, funktioniert das Spiel? Macht es Spaß? Aber bleiben diese didaktischen Ziele auch hängen letztlich? Und zum Dritten, das ist auch Teil der Realität, müssen wir natürlich in der Regel mit einem Budget auskommen, was ganz anders ist, als das Budget, was von Entertainment-Titeln bekannt ist. Das liegt natürlich daran, dass die Mehrzahl der Aufträge, die wir ausüben, von Museen, Gedenkstätten und damit von öffentlichen Fördergeldern finanziert ist. Genau. Das ist ja echt auch ein Thema, was sich beim GameStone Congress auch immer durchzieht, da auch da natürlich der Game-Standort Deutschland und auch so ein bisschen die wirtschaftlichen Aspekte auch eine große Rolle spielen. Ich hatte ja erwähnt, dass auch sehr viele PolitikerInnen auch da zu Besuch waren und das Highlight des Game-Stone Congress ist ja auch jedes Jahr die D-Battle Royale, wo sich dann hochreinige PolitikerInnen eben dann auch den Fragen aus der Gaming-Community stellen. Wo sie sich gegenseitig bekämpfen. Genau. Also natürlich auch im Vokabular war das ja ein bisschen provokant aufgegriffen. Aber das Schöne an dem Format ist tatsächlich, und das begeistert mich wirklich, also dieses Jahr tatsächlich, dass es ein sehr, sehr, authentischen und auch ein bisschen lockeren Gesprächsfluss hatte. Also es ist eigentlich eine Talkrunde, in der in dem Fall jetzt Emily Bünning, das ist die politische Geschäftsführerin der Grünen, der Generalsekretär der FDP, Bijan Jir Sarai, Franziska Giffey war für die SPD da und Nathan Nael Leminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medienland NRW, das waren so die prominenten PolitikerInnen, die in dem Panel da waren, die mussten sich den Fragen von Kim Adam und Maxim Markhoff stellen. Also das sind beides auch Content-Creator und Streamerin, die eben halt so ein bisschen auch so die junge Stimme darstellen und sehr, sehr schönes Gespräch angeführt haben. Und ich hatte wirklich den Eindruck, diese ganze Gesprächsrunde, gerade wenn man es vergleicht mit Talkrunden, die man aus dem Fernsehen kennt, irgendwie bei Anne Will oder was auch immer. Wo man immer nebenher einschlafen könnte. Ja, also und die haben dann auch Tricky Towers gespielt, was wir bei uns auch immer wieder gerne nutzen. Und da ging es natürlich aber auch um ernste Themen. Und ein Thema, wie du angesprochen hattest, ist ja auch immer die Finanzierung von Games. Und vor kurzem hatte sich quasi der Bund auch noch damit gerühmt, dass wir jetzt eine große Bundes-Games-Förderung haben mit einem großen Topf mit Millionen drin. Das Problem nur dieses Jahr, dass diese Förderung schon längst erschöpft ist, weil das nur nach dem Windhund-Prinzip verteilt wurde. Und es ist wohl so, dass jetzt bis 2025 in der Bundesförderung jetzt irgendwie schon alle Mittel aufgebraucht sind. Das heißt, spiele die jetzt... Das hatte mich auch sehr überrascht, als ich das von... Das war in der MFG-Folge, also zwei, drei Folgen vor dieser, als das erwähnt wurde, dass das schon aufgebraucht ist. Bis dahin, das ist schon echt bitter. Also schon bei der politischen Eröffnung mit Robert Habeck kam dann auch schon rüber, dass wirklich diese Game-Förderung eigentlich ein großes Thema ist, auch ein großes Problem. Und gerade auch in Anbetracht der aktuellen Haushaltskürzungen, die natürlich zwar alle Bereiche betreffen, aber jetzt bei der Gamescom wurde natürlich insbesondere auch die thematisiert, dass natürlich die Games-Branche auch als Innovationsbranche dann natürlich leider auch viel zu kurz kommt und leider auch sehr darunter leiden muss. Und auch die Studios sind zu Wort gekommen. Also es gab zum Beispiel mit Atlas Forn ein großes deutsches Studio, also für deutsche Verhältnisse, in dem Fall für deutsche Verhältnisse wäre es eigentlich ein Triple-A, aber international vergleichen eher so ein Double-A-Studio, was jetzt gerade ein Spiel rausgebracht hat. Und das hat es eigentlich auch nur durch die Bundesförderung geschafft, dann auch quasi Investoren aus dem Ausland dazu zu holen. Also es hat dann irgendwie 30 Prozent gefördert bekommen und dann kamen die restlichen 70 Prozent durch einen Publisher aus dem Ausland rein. Und wenn das jetzt kommerziell auch erfolgreich sein wird, dann spielt sich das wiederum ein. Also eigentlich ist es auch für Deutschland wichtig, die Games-Branche bei sich da zu fördern. Und das haben wir dann auch... Was hast du für einen Eindruck, wie die Stimmung so im Raum war, als diese ganzen auch Kürzungen angesprochen wurden und die Defizite, die da stattfanden? Also waren die den Politiker, die da waren, positiv gestimmt oder war da eher eine miese Stimmung? Also interessanterweise, ich hatte den Eindruck, dass persönlich eigentlich alle, zumindest auch sich in dem Kontext, eher dazu geäußert haben, dass sie es eigentlich nicht gut finden, dass da gespart und gekürzt wurde. Natürlich hat der Generalsekretär der FDP das auch verteidigt und hat dann relativ formell natürlich gesagt, dass er grundsätzlich da einen soliden Haushalt wichtig findet und dann auch mit einem typischen politischen Statement da jetzt noch rausgekommen ist. Aber man hat gemerkt natürlich, dadurch, dass sie auch, die Politikerinnen selber auch, sag ich mal, da ein bisschen affiner sind und auch bei der Veranstaltung natürlich klar ist, dass sie sich ja eher positiv dazu äußern, das auch kritisch gesehen haben. Also alle haben sich eigentlich gewünscht, dass es mehr Fördermöglichkeiten gibt. Es wurden auch andere Modelle angesprochen. Also beispielsweise in Frankreich gibt es Möglichkeiten von Steuervergünstigungen, also dass man da so eine indirekte Förderung, sag ich mal, hat. Kanada wurde auch mal als großes Vorbild genommen, weil Kanada ja auch, sag ich mal, die stärkste Games-Industriebranche hat und dass man sich da auch das als Vorbild nehmen sollte. Und neben dem reinen Geld wurden auch noch insbesondere zwei andere wichtige Punkte angesprochen, das ist natürlich auch die Ausbildung. Also dass man einfach Fachkräfte braucht, wie jetzt auch in anderen Bereichen auch, dass es die Studiengänge gibt, aber vielleicht auch Ausbildungsmöglichkeiten für Game-Designerinnen. Und als dritten Punkt auch, dass die auch dann in Deutschland arbeiten, also auch die Attraktivität für ausländische Fachkräfte für den Studiostandort in Deutschland. Also das ist natürlich auch das, dass die Games-Branche ja unglaublich international ist und auch die Studios international arbeiten, ist natürlich auch die Frage, warum sollte ein Studio ausgerechnet in Deutschland dann seinen Sitz haben? Und neben auch dem ganzen Bürokratie-Monster, was ja auch immer wieder angesprochen wird, grundsätzlich in der Wirtschaft, gibt es momentan leider viel zu wenig gute Argumente, warum die auch gut ausgebildeten Fachkräfte dann in Deutschland bleiben sollen. Also das sind so drei Punkte, die immer wieder angesprochen wurden, dann in der Politik und auch so Forderungen, was sich da tun soll. Ja, ja, dieses Thema mit der Bürokratie, Politik, hatten wir ja auch schon, wenn wir es in den anderen Folgen, aber dann lass uns doch zu einem meiner Lieblingsthemen übergehen und etwas, was ja die Gamescom auch komplett ausmacht und zwar noch mehr Games, die da gezeigt wurden und vor allem die Indie-Games. Wie war denn die Indie-Game-Arena dieses Mal? War die größer? War die kleiner? Von der reinen Fläche her, glaube ich, das war wieder so eine Viertelhalle, aber längst ist neben der Indie-Boof-Arena, die ja so ein bisschen so ein eigenes Design hat, gibt es drumherum jetzt auch nochmal einen großen Bereich, wo dann auch wieder Indie-Spiele gezeigt werden. Also insofern gefühlt waren noch mehr Spiele als in den letzten Jahren dann zu sehen, auch neue Spiele. Und das war tatsächlich für mich auch natürlich ein Highlight und auch so der, ja auch spaßigste Bereich, sich mit den EntwicklerInnen mal zu unterhalten. Und also im Indie-Game-Bereich habe ich ein Spiel entdeckt, was mir persönlich echt viel Spaß gemacht hat. Let's Cook Together 2. Das ist, wie der Name auch schon sagt, Overcooked kennen viele vielleicht auch so als kooperatives Multiplayer-Game, so Couch-Game. Und Let's Cook Together ist von einem polnischen Entwicklerstudio, was jetzt gerade noch in der Entwicklung ist, wobei sie auch schon spielbare Demos haben. Und ich muss zugeben, mich persönlich hat das sehr abgeholt, weil ja, Overcooked mir manchmal ein bisschen zu hektisch, zu schwierig tatsächlich war. Und Let's Cook Together 2, zumindest im ersten Level, hatte einen sehr, sehr guten Flow auch und einen ganz guten Einstieg. und auch ein sehr schönes Art-Design hat auch als Story, dass ein riesiger, also so ein bisschen dystopisch, zukunftsmäßig ein riesiger Food-Konzern da das Kochen irgendwie verboten hat und man quasi dadurch, dass man jetzt richtig und toll gemeinsam kocht, da auch rebelliert, also auch irgendwie ganz nett. Aber natürlich steht das Gameplay im Vordergrund, was sehr kurzweilig ist. Auch im Indie-Bereich habe ich dann noch Cubio entdeckt. Das ist wiederum ein Spiel, das ist noch komplett in der Entwicklung. Also da haben wir uns auch jetzt für eine Alpha, glaube ich, angemeldet oder Pre-Alpha-Test. Das ist so ein bisschen, sieht aus wie eine Mischung aus Roblox-Minecraft-mäßig. Allerdings sehr viel meiner Meinung nach kindgerechter als jetzt Roblox, dass ich selber kleine Spiele bauen kann in diesem Sandkasten. Und auch mit einer sehr, auf der einen Seite umfangreichen und komplexen Programmierfläche, die aber trotzdem auf den ersten Blick zumindest für mich sehr zugänglich erschien. Also das, was ich gesehen habe jetzt in der Version, klang sehr vielversprechend. Also wie gesagt, auf der einen Seite kennt man es irgendwie so ein bisschen, auf der anderen Seite ist natürlich eine gute Umsetzung, wäre da schon echt schön und wäre vielleicht auch was, was wir bei uns gut einsetzen können. Ansonsten hatten wir auch, wie gesagt, ein paar Termine. Da war für mich persönlich ein kleines Highlight, weil ich das noch aus meiner Kindheit kenne, die Teenage Mutant Ninja Turtles. Kennt man vielleicht noch. Und da gab es mit Treader's Revenge auch vor kurzem einen Brawler, der erschienen ist. Und da ist jetzt ein DLC noch rausgekommen, der da in der Hinsicht ganz spannend war. Und den durfte ich auch mal, also Dimension Sherlock hieß der, durfte ich mal anspielen, auch mit neuen Charakteren. Also es war einfach spaßig und wäre auch was, was wir vielleicht dann in der Computerspielschule irgendwann mal nutzen können. So von dem Innovationen gab es noch ein Spiel, was ich auch spannend war. Das nennt sich Karma Zoo. Und das ist auch ein Multiplayer-Game, was quasi fast so anonym funktioniert, dass ich mich online einlogge und eigentlich auch gar nicht viel interagiere. Aber trotzdem, also man spielt dann so verschiedene Tiere, die dann im Endeffekt so eine Art Plattformer-Hindernis-Parcours überwinden müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ist es aber so, wenn der eine, kann der dem anderen irgendwie helfen, das zu überwinden. Und ohne jetzt direkter Kommunikation, sondern alles so in diesem Spiele-Chaos. Also klang für mich auch sehr spannend und tatsächlich auch mal ein bisschen was anderes. Also während die anderen Spiele waren eigentlich, sag ich mal, eher so Konzepte, die man schon kannte und dann halt neu interpretiert. Und dieses Karma Zoo fand ich dann doch ein bisschen auch innovativer, muss ich zugeben. Und drüber hinaus gab es noch mit Galactic Care so ein bisschen eine abgedrehte, ja, Weltraum-Hospital-Simulation. Genau, also da hat sich der Achmed das auch so angeschaut, war dann ganz stolz, als er da eine Kuli-Spritze als kleines Kimmik noch mitbekommen hat. Aber auch das Spiel selbst klang ganz spannend. Und genau, also da bei Cosmo Cover hatten wir dann, wie gesagt, ein paar ganz nette Spiele, die wir uns anschauen konnten. So von den großen Titeln habe ich mir noch eine Präsentation zu Starfield jetzt angeschaut, was ja jetzt auch rauskommt. In dem Fall war das ja mehr oder weniger exklusiv, sondern natürlich an der Gamescom, aber das Spiel ist jetzt erschienen. Also insofern, jetzt gibt es auch die offiziellen Tests. Da muss ich zugeben, war ich so ein bisschen hin- und hergerissen. Atmosphärisch war das unglaublich faszinierend, gerade auf diesem großen Leinwand, in dem Ganzen das zu erleben. Das Spiel selbst, ja, also es ist halt ein Bethesda-Spiel. Also vielleicht manche kennen dann Fallout oder auch natürlich Skyrim, sind ja ganz groß und die haben halt immer so die gleichen Stärken und Schwächen. Und was mich immer so ein bisschen enttäuscht, dass die Hauptstory wohl auch immer so ein bisschen, auch in der Inszenierung, leider dann doch nicht so groß ist. Also so schön das atmosphärisch war und das Ganze auch mal zu sehen und auch das Setting ist unglaublich faszinierend, weil einfach diese Erkundung des Weltraums so im Vordergrund steht und auch, sie haben es, glaube ich, NASA-Punk genannt, so das auch sich an realistischen und realen Raumschiffen und, ja, Stationen und so orientiert, auch vom Design her. Ja, ist es, glaube ich, ja, als Story, ja, bin ich da noch nicht ganz so überzeugt. Aber es wird bestimmt auch seine Zielgruppe finden. Genau, aber ansonsten, es gab, wie gesagt, so viel, weiß gar nicht, was uns... Wahrscheinlich viel zu viel, um alles aufzuzählen, was alles gezeigt wurde. Und ich glaube, es gibt ja auch genügend andere, die dann auch speziell sich den Spielen gewidmet haben. Deswegen, uns war es ja jetzt wichtig in der Folge auch ein bisschen den Themen und Trends, die für uns relevant sind, also im Hinblick auf Bildung und auch die politischen Entwicklungen ein bisschen mehr drauf einzugehen. Genau. Und ich glaube, ich hatte es am Anfang auch noch erwähnt, so ein kleines Highlight war auch das Cosplay-Village, wo ich dann am letzten Tag noch ein bisschen unterwegs war. Das war tatsächlich auch einer meiner Lieblingsorte letztes Jahr. Da war ich sehr gerne. Genau. Was ich auch total nicht auf dem Schirm hatte, natürlich braucht es bei diesen ganzen Cosplayerinnen auch eine Reparaturstation. Also da hatte ich mich mit einer dann unterhalten, die dann tatsächlich dafür zuständig ist, einfach da zu sein, wenn Cosplay-Kostüme auch irgendwie beschädigt sind oder da irgendwas abfällt. Und da war auch immer was los. Also bei den ganzen aufwändigen Kostümen, klar, wenn man da den ganzen Tag über die Messe läuft, muss das dann auch geflickt werden. Und das ist auch schon echt eine schöne Community. Und da haben wir auch ein paar schöne Fotos gemacht. Also wir haben auch generell natürlich auch Fotos gemacht. Die werden wir, denke ich, auch in den Shownotes ein bisschen verlinken, dass man sich da auch ein paar Eindrücke noch von der Gamescom holen kann und ein bisschen das Flair und das Feeling, also das ist einfach das, was die Gamescom ausmacht, miterleben kann. Und für mich auch als Medienpädagogin ist auch immer ein Highlight. Also früher war das das Medienpädagogische Grillen, jetzt dieses Jahr war das das Pizzaessen. Da hat man dann quasi mit allen Medienpädagoginnen, die jetzt da waren, die wurden dann eingeladen, so ein bisschen das Netzwerk in NRW, wo ja der Spieleratgeber sitzt und auch schon noch länger als wir ja das Thema behandelt. Hat er wirklich ein schönes Netzwerktreffen jedes Jahr und da waren wir dann in einer ziemlich coolen Bar, wo man dann gemeinsam Pizza gegessen hat und sich unterhalten hat, ausgetauscht hat. Und das war auch so ein bisschen der schöne informelle, in dem Fall nicht Abschluss, weil ich war dann am Freitag ja nochmal, aber so ein Highlight auf jeden Fall bei der ganzen Geschichte. Ja, das klingt wie ein sehr, sehr schöner Aufenthalt, den ihr da in Köln hattet. Danke, dass du das so ausführlich nochmal beschrieben hast. Auch wenn ich nicht dabei sein konnte, habe ich jetzt wenigstens das Gefühl, dass ich dabei war. Ja, hoffentlich im nächsten Jahr dann wieder. Also für mich ist es irgendwie schon gesetzt, weil einfach die ganzen Eindrücke, auch die ganzen Leute, die man da kennengelernt hat. Also auch für unseren Podcast, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, auch da interessante Kontakte geknüpft. Also vielleicht für weitere Folgen und Themen wird sich aufgrund der Gamescom werden sich ja, glaube ich, einige Sachen noch ergeben. Das werden wir dann in den nächsten Folgen sehen. Ja, dann vielen Dank für das Beschreiben und dann bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen. Ciao. Tschüss. Tschüss.